Das Thema des diesjährigen Weltgeschichten-Tages ist starke Frauen. Was sind starke Frauen? Für mich? Ja. Für mich sind starke Frauen, oder vielmehr. Bei starken Frauen, da denke ich, da denke ich an all die Frauen aus unserem Kulturkreis, die sich seit 200, 300 Jahren vehement für die Rechte der Frauen eingesetzt hatten. Wie zum Beispiel die Suffragetten in England oder Amerika, die dann auch zu uns kamen. Die sogar dafür ins Gefängnis gingen. Ohne ihren Einsatz wären wir Frauen heute nicht da, wo wir sind. Gibt es für dich herausragende Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts? Eine herausragende Persönlichkeit. Also mir fällt sofort Maria Montessori ein. Ihre Pädagogik hat mich schon sehr fasziniert und ich habe mich sehr damit beschäftigt. Maria Montessori war die erste Frau, die sich zu Anfang des 20. Jahrhunderts Medizin studiert hatte. Ein Novum damals. Ein Novum, das sie gegen alle Widerstände der Behörden, der Professoren, sogar der Kommilitonen durchgesetzt hatte. Für uns Frauen ein langer, steiniger Weg, wenn man bedenkt, dass es noch gar nicht so lange, erst ein paar Jahrhunderte her ist, dass man uns Frauen das Denken abgesagt hat, der man sogar gedacht hat oder sich überlegt hat, ob Frauen eine Seele haben. Wenn man bedenkt, wenn man die vielen Frauen bedenkt, die zwischen dem 17. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert hinein noch als Hexen verbrannt wurden, aufgehängt, ertränkt. Bei starken Frauen denke ich auch an all die Trümmerfrauen, die nach dem Zweiten Weltkrieg die zerbombten Städte aufgeräumt und aufgebaut hatten. Die Männer waren ja im Krieg gefallen oder in Kriegsgefangenschaft. Ich denke da an meine Oma. Meine Oma, die zwei Weltkriege überlebt hatte. Die nach dem Ersten Weltkrieg in bitterster Armut und allein ihre Tochter großgezogen hatte. Denn mein Opa, also ihr Mann, der war im Ersten Weltkrieg mit 21 Jahren gestorben. Er war nicht gefallen, aber er war an Malaria gestorben. Eine Krankheit, die er sich in Italien an der Front zugezogen hatte. Und das Militär behauptete, das wäre eine zivile Krankheit. Und die Rentenversicherung behauptete, das wäre ein Kriegsleiden. Und so hat meine Oma weder von der einen noch von der anderen Stelle Witwenrente oder eine Waisenrente für ihr Kind bekommen. Ja. Für mich also sind starke Frauen. All diese Frauen, die eine enorme Lebenskraft, eine Durchhaltekraft besitzen. Frauen, die ohne Wenn und Aber all das tun, das notwendig ist, damit das Leben weitergeht. Frauen, die nicht in die Opferrolle fallen, sondern ihr Leben meistern, welche Schicksalsschläge oder schwierige Situationen es ihnen auch bringt. Frauen, die ihre Berufung leben, die sich selbst verwirklichen, egal wie viele Steine ihnen in den Weg gelegt werden oder wer auch immer sie ihnen in den Weg legt. Und das alles sind für mich starke Frauen. Kann das auch auf Männer zu treffen? Sicher. Sicher trifft es auch auf Männer zu. Nur, wenn ich an starke Männer denke, dann habe ich eher die Assoziation zu Muskelkraft, zu Körperkraft, zu Durchsetzungskraft. Denke eher an Männer in der Vergangenheit, die Schlachten gewonnen haben, die Firmen gegründet hatten. Aber egal, wie auch immer, ich denke, dass es inzwischen darauf ankommt, diese alten Rollenzuweisungen hinter uns zu lassen und dass jeder Mensch in sich sowohl die männliche als auch die weibliche Kraft entfaltet und so stark im Leben steht. Haben deine Geschichten von starken Frauen? Ja, ich habe auch etliche Geschichten von starken Frauen. Und wenn du magst, erzähle ich dir eine. Ich würde gerne eine hören. Also, eine Geschichte, die mir so gleich einfällt und die ich wirklich sehr gerne mag und auch oft erzähle, das ist die Geschichte von der Alten, die den König heilte. Sie kommt aus Malta. Also, wie fangen die Märchen an? Es war einmal... Genau. Es war einmal eine alte Frau, die hieß Maria. Sie war wirklich arm und ihr einziges Hab und Gut war ein mindestens ebenso altes Maultier. Mit dem ging sie zu fremden Leuten und arbeitete für sie. So bekam sie immer ein Stück Brot und eine Arm voll Heu für das Tier. Eines Morgens, als Maria ihre Hütte verließ, um mit ihrem Maultier wieder zu arbeiten, da lag es am Boden und rührte sich nicht mehr. Maria setzte sich zu ihm hin, hob seinen Kopf auf, aber der fiel wieder hinunter. Da weinte und klagte sie, mein Maul, der stirbt, mein Maul, der stirbt, wie soll ich ohne es auskommen? Die Nachbarn liefen herbei, standen um sie und das Maultier herum und sagten, Maria, da ist wohl nichts mehr zu machen. Da weinte und klagte sie noch mehr und raufte sich die Haare. Gerade da kam der König vorüber. Er war ein guter König, aber er machte auch gerne seine Scherze mit den Leuten. Er ritt zu Maria hin und fragte, Maria, was hast du? Warum raufst du dir die Haare? Mein Maul, der stirbt, mein Maul, der stirbt, wie soll ich ohne es auskommen? Ach, Maria, mach dir keine Sorgen. Ich weiß ein Mittel, das hilft. Wirklich? Maria sprang auf. Dann sagt es mir, aber schnell. Es ist ein Zaubermittel und es wirkt immer. Also hör gut zu. Du musst um dein Maul dir herumspringen. Mindestens 50 Mal. Rechtes Knie hoch, linkes Knie hoch. Aber du musst in Evas Kostüm springen, sonst wirkt es nicht. Und dazu musst du einen Zauberspruch sagen. Also, merk ihn dir gut. Drei Maultierkräfte, drei Dummheiten, drei geschmorte Würmer, rühr alles zusammen und nimm es ein. Hast du verstanden? Drei Maultierkräfte, drei Dummheiten, drei geschmorte Würmer, rühr alles zusammen und nimm es ein. Und du wirst sehen, dein Maultier wird gesund. Schon ließ Maria ihren Kittel fallen und fing an, um das Maultier herum zu springen. Rechtes Knie hoch, linkes Knie hoch. Und sie murmelte den Zauberspruch. Drei Maultierkräfte, drei Dummheiten, drei geschmorte Würmer, rühr alles zusammen und nimm es ein. Drei Maultierkräfte, drei Dummheiten, drei geschmorte Würmer, rühr alles zusammen und nimm es ein. Drei Maultierkräfte, drei Dummheiten, drei geschmorte Würmer, rühr alles zusammen und nimm es ein. Und Maria sprang und sprang. Da begann das Maultier ihr nachzusehen. Erst nach der einen Seite, dann wandte es seinen Kopf, dann nach der anderen Seite und es wunderte sich. Maria aber sprang und sprang. Rechtes Knie hoch, linkes Knie hoch, drei Maultierkräfte, drei Dummheiten, drei geschmorte Würmer, rühr alles zusammen und nimm es ein. Plötzlich hob das Maultier seinen Kopf und sah Maria geradewegs an. So, als erwachte es eben. Das Maultier ist geheilt, das Maultier ist geheilt, riefen die Nachbarn. Maria war außer sich vor Freude. Sie lief zum König hin, küsste ihn links, küsste ihn rechts und bedankte sich tausendmal. Der König war verwundert. Das hatte er nicht erwartet. Und nachdenklich ritt er nach Hause zurück. Maria aber konnte wieder mit ihr Maultier arbeiten und hatte so wieder ihr Stück Brot. Da geschah es, dass der König krank wurde. Schwer krank. Es wuchs ihm ein dickes Geschwür im Hals. Und die Ärzte überlegten, ob der König verhungern, verdursten oder ersticken musste. Helfen konnte es ihm nicht. Auch im ganzen Land war man traurig. Denn, wie gesagt, er war ein guter König. Da hörte auch Maria davon. Und sie dachte bei sich, Zeit dem König zu helfen. Und sie warf ihr Maultier eine Arm voll Heu hin und verließ ihr Haus. Sie lief zum Schloss. Aber die Wachen, die Wachen wollten die Alten nicht einlassen. Maria aber wartete einen günstigen Augenblick ab, schlüpfte in das Schloss, schlich sich durch alle Gänge und Korridore, bis sie zum Gemach des Königs kam. Und der König, der hatte gerade alle seine Priester, Minister, Kammerfrauen und Kammerdiener um sich versammelt, um das Testament verlesen zu lassen. Und alles war feierlich und still. Da stürmte Maria herein wie eine Winzbraut, warf ihren Kittel ab und fing an, um das Bett des Königs herumzuspringen. Rechtes Knie hoch, linkes Knie hoch. Dreimal der Kräfte, drei Dummheiten, drei geschmorte Würmer. Rühr alles zusammen und nimm es ein. Dreimal der Kräfte, drei Dummheiten, drei geschmorte Würmer. Rühr alles zusammen und nimm es ein. Und Maria sprang und sprang. Da öffnete der König ein wenig seine Augen und wunderte sich. Er versuchte, sich zu erinnern. Ach ja, das war doch Maria, die mit dem Maultier. Und Maria sprang und sprang. Rechtes Knie hoch, linkes Knie hoch. Drei Maultier Kräfte, drei Dummheiten, drei geschmorte Würmer. Rühr alles zusammen und nimm es ein. Und sie sprang und sprang. Da fing der König an, ihr nachzusehen. Erst nach der einen Seite, dann nach der anderen. Und er hätte so gerne gelacht, aber er konnte nicht. Es schmerzte ihn zu sehr. Maria aber sprang und sprang. Und schließlich konnte sich der König nicht mehr halten. Er lachte, er lachte und lachte, dass sein ganzer Körper bebte. Da platzte das Geschwür auf und Eiter und Blut flossen aus seinem Mund. Aber die Ärzte riefen, der König ist gerettet. Der König ist gerettet. Maria stand am Fußende des Bettes, schaute den König an. War er wirklich geheilt? Ja, er war es. Da zog sie ihren Kittel wieder an und sagte zu den Umstehenden. Oh, der König selbst hat mir das Rezept verraten. Und was meine Maultier half, das musste doch auch dem König helfen. Und als der König wieder reden konnte, rief er Maria zu sich und sagte, Maria, bleib bei mir im Schloss, dann hast du immer eine Mund voll Brot. Maria bedankte sich, aber sie wollte doch lieber heim zu ihrem Maultier. Und so ließ er der König einen Wagen voll guter Sachen laden und Maria kehrte zufrieden nach Hause zurück. Nun hatte sie immer genug und vor allem gut zu essen. Denn der König, der vergaß sie nicht. Das war Maria, die mit dem Maultier. Eine starke Frau. Ja. 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 Ja.